So, willkommen zurück, liebe Freunde und auch die anderen so. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Jetzt konnte ich gestern nicht mehr weitermachen. Ich habe sie irgendwie verpeilt. Was wollte ich denn überhaupt machen? Genau, ich wollte ein bisschen Farming gehen. Erde brauche ich nicht. 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 Die lasse ich hier mal trennen. Holz habe ich. Gucken wir mal. Vielleicht finden wir eine Höhle. Aber erst am Tag. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich da weiter baue. Mal gucken. Ich immer wieder das falsche Trinke. Was ist denn eigentlich das? Das Schild? Oder sollen das sein? Ich weiß es nicht. Machen wir gleich mal ein paar Stiggis. Aber nicht mal irgendwie... Kohle für fuck. Wow. War gerade irgendwas ein bisschen laut. So, kann ich jetzt schlafen schon? Ja. So. Gott. Gucken wir mal, ob wir vielleicht da hinten irgendwie eine Höhle oder so finden. Mal so eine kleine Höhlen-Tour machen. Hüpp, 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 hüpp. Da ist nichts irgendwie. Hey, sieht aus wie eine Höhle, ne? Cool. Äh. Ja, genau. Mal da ab. Mal da so runter bauen. Was hab ich da jetzt runter? Ach egal. Die restlichen Zentimeter spreche ich. Sieht aus, als wären wir hier in der Höhle, ne? Aber da haben wir gleich mal Kohle. Kohle, 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 Kohle. Für ein paar Fackeln. Wäre super. Mal ein bisschen was erfarmen hier. Ich hoffe mal, ihr seht jetzt noch was. Ich, ja, ihr, weiß ich nicht. Machen wir hier mal ein paar Fackelchen. Sieht hier auf jeden Fall gut aus. Könnte was werden. Kohle, Kohle, Kohle. Nehmen wir mal alles mit hier. Brauche ich eh. Ich bräuchte Eisen. Viel Eisen. So, und zack. Nehmen wir alles mit. Gleich in der Nähe. Ne Höhle. Wo geht's denn da hin? So, da geht's weiter runter. Moment. Geil. Mal hier. Bin ich jetzt weiter hin? Ne. Cool. Oh, Haufen Schwarzpulver. Gut, das lasse ich mal hier. Sind wir eigentlich nicht weit weg. Vom, was ist das? Verzauberungbuch. Goldenes Pferderüstung. Brot und so ein Zeugs. Ich brauche aber Eisen. Könnte man eine richtig schöne Monsterfalle bauen. Auf gut Deutsch. Wenn ich schon eine habe. So. Schnell mal einen Ofen, dass wir hier Äh, Dings. Eisen bekommen. Habe ich jetzt. Super. Ja gut, hacke ich jetzt hier einfach mal was weg von der Wand, dass ich ein bisschen Eisen bekomme. Da zieht sich, da zieht sich. Was super, wenn man eine kleine Höhle in der Nähe hat. Gefällt mir. Und gleich ein Monster. Äh, Monster. Äh, ein Spawner. Spitze. Ofen, ja. Jo, neue Rohrwissenschaft erzielt. In den Ofen. Schnell Eisen, Eisen. Da kann ich ja noch ein bisschen weiter gucken. Was ist das? Tjurito. Keine Ahnung, was das sein soll, aber gut. Nehmen wir an die Fackel hin. Ich darf eigentlich gleich noch mit ernten. Wow. Hat sich ja rentiert. Ach, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Brauche ich ganz viel. Bei dem, was ich vorhabe, sage ich jetzt mal. Muss ich ihn auf dem Stein noch backen. Muss ich jetzt mal Stein erst sammeln. Sagen wir mal so. So. Tipp. Tipp. So, mal gucken, ob Ding schon fertig ist. Yes. Ja, ja. Das auch schon fertig. 3, 2, 1. Plop. Deut, die Kohle nehme ich auch mit. Eins. Weg mit dem Abfall. Weg mit dem Abfall. Ich nehme hier noch Eisenspitzhacken, weil das andere Zeugs interessiert mich ja eh nicht. Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein. Ah, okay. Wow. Wie geil. So. Gucken wir mal, vielleicht finden wir hier was. Oh. 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 Nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich finde hier ja nie wieder raus. Ich habe nur ein bisschen Eisen und so ein Zeugs gedünst. Alter. Alter. Wow. 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 Gut. Da ist ja eh nichts, was ich gerade gesehen habe. Ah ja, nicht egal. Wenn wir mal das Eisen hier mitnehmen. Irgendwie bin ich ja eigentlich erinnert, dass ich irgendwie was ein bisschen zumindest habe. Plopp, plopp. So richtig erkunden tue ich jetzt noch nicht. Ja, nee. Nur ein bisschen, weil das will ich dann schon eigentlich mit Monstern und sowas machen. Ja, gut. Jetzt nicht so schlimm. Das ist eigentlich mal da, wenn ich jemals wieder rauskomme. Oh. Plopp. Plopp, plopp, plopp. Da ist kohle, so viel kohle, kohle, kohle. Zack. Zack, 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 zack und zack und weg mit dem Dreck. Zsss. Ich finde hier da der Kohle und kein Eisen zum Katzen. Oh, habe ich mich jetzt erschraubt? Kack, wie? Bin ich denn jetzt? War ich doch schon. Ach, will ich wieder bei... Ah, okay. Gut, das Zeug nehme ich jetzt auch mal mit. Gibt erstens XP und zweitens... Keine Ahnung. Aber da könnte man eine richtig schöne Monsterfalle draus bauen. Mal gucken. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wie ich da... Was ich da so draus basteln. Muss ich mir noch was überlegen. Mal gucken. Trepp, 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 Trepp. Eigentlich wollte ich ja gestern noch aufnehmen, aber irgendwie bin ich nie mehr dazugekommen. Termine, Termine, Termine. Im Moment zum Katzen, doch, habe ich schon. Zum Katzen im Moment, also. Ich unterwegs bin wegen nichts und wieder nichts, ist schon zum Katzen. Auf gut Deutsch. Aber gut, ich habe meine Versprechen bis jetzt immer gehalten. Also halte ich auch die Versprechen. Die ich abgegeben habe. Irgendwie so blablabla. Quack, quack, quack. So viel Kohle. Ich habe ja auch schon... Au. Au. Gut, das kann da oben bleiben. Ich fühle jetzt auch nicht so weit runter. Verdammt. Gehe ich hier runter. Ich will nicht so weit runter. Dann gehe ich hier runter. Ich gehe mir mal schnell eine Markierung. Plap, plap. Hier wieder hochkommen. Heute haben wir auch keine Monster. Daher. What the fuck? Hier läuft man irgendwie auch nur im Kreis. Jetzt bin ich wieder hier. Wo ich gerade vorhin herangesprungen bin. Gut. Die kann ich hier mal schnell einsammeln. Stein brauche ich ja auch. Von daher egal. Mal gucken. Da drüben in dem Berg da habe ich mir auch schon eine Idee. Da mache ich glaube ich eine riesen Gute daraus. Mal gucken. Mal schauen, was die Zeit so bringt. Ich hoffe mal hier fahrt man jetzt gleich nirgends durch. Ne. Gut, passt. Hack, 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 hack. So. Oh Mann, so viel Kohle hier. Au. Da durst ich. Da war alles so geplant. Eigentlich ja nicht, aber gut, egal. Scheiß drauf. So. Gehen wir halt hier auch noch runter. So, zack. Das witzigste ist immer, da ich ja keine Zeit und stoppe, weiß ich nie mehr wie lange ich aufnehme. Also weiß ich auch nie, weil ich katte, ich bin, im Endeffekt bin ich zu faul zum schneiden. Ich katte die eigentlich immer so. Deswegen kann es auch mal sein, ein Video länger, eins kürzer, keine Ahnung. Das seht ihr ja dann. Boah, da geht's auch tief runter. Ich wollte eigentlich gar nicht so tief runter. Ne, da gehe ich nicht runter. Gucken wir mal da noch, was da so ist. Bisschen Eisen habe ich ja jetzt mittlerweile in, ein bisschen. Oh, hier ist auch noch Eisen. Passt. Eisen, Eisen, mein, Eisen, alles meins, meins, meins. So. Ja, habe ich in die Schaufel? Ne. Gut. Brauche ich das nicht. Schnell noch mal ein paar Fäckelchen bauen, dass ihr auch was seht hier. Die Zackgasse. Hey. Die nehme ich wieder mit. So. Hep, hep, hep. Hep, hep, hep. Scheiße, bekomme ich hier jetzt wieder raus. Also, was war das hier? Ah, da. Geh mal wieder raus, die. So. Wenn ich wieder raus finde. Das da, das da. Also, das ist das, was so weiter runter geht jetzt, ne? Ne, ist wieder was anderes. Wow. Ich habe auch keine Lust, dass ich jetzt hier wieder rausgehe. Boah, geht da tief rein, geht da tief rein. Aber geht das Eisen da am Rand, nehme ich nochmal mit. Und das da, nehme ich auch mit. Also, dass ihr bitte so eine Sackgasse. Oder auch nicht. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen, malz, mein Eisen. So. Gott. Achso, hier ist schon Ende. Jetzt habe ich schon wieder keine Fackel mehr. Nicht so schlimm. Jetzt aber hoch. Jetzt wieder hoch, 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 hoch. Wenn ich jetzt hier runtergekommen. Ach ja, gut. Dann nehme ich das Ganze gedönst hier auch mal mit. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Das gedönst hier. Zack, 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 zack. Alles mitnehmen. Gehen wir mal wieder raus hier. Wo ging es hier raus? Ich glaube noch da. Aber wir haben schon wieder Nacht. Zack, zack. Gut, hier baue ich mich also raus. Du auch, blöpp. Du auch, blöpp. Gott. Gut. Jetzt sind wir wieder draußen, Gott sei Dank. Jetzt baue ich mich schnell noch. Jetzt schlafe ich jetzt mal. Dann baue ich mich schnell noch um. Wo klatscht das Eisen da rein? So. Dann schnell ein Öfelchen gebaut. Ja, 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 fallen wir da. So. Dann Eisen rein und einfach ein Steak-Ding. Äh, Kohle. Packe ich das hier mal rein? Äh, ne, die Spitzhorge bleibt. Weg, 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 weg. Äh, voll. Hab ich Holz? Ja. So, so. Oh. Nein. So. Gott. Packe ich da mal nochmal den Rest rein. Sortieren suche ich jetzt nicht. Hab ich jetzt keine Lust dazu zum Sortieren. Äh, Holz brauche ich ja noch, äh. Ach, hier hab ich noch drei Stickies für eine Achs-Dreichtart. Könnte ich eigentlich, hab ich noch Holz? Granit, zwei Holz, wow. Gut. Gibt's halt noch keine Fackeln. Gott, so. So, so. So, so, so. Kann die auch weg. Ne, Schaufel. Nee, halt, so. Die Schaufel kommt da rein. Brauche ich erstmal Holz. Gut, dann gehe ich gleich noch Holz sammeln. Aber das jeder in der nächsten Folge.